So, hallo und alle zu einem neuen Video. Heute gibt es mal wieder etwas Spezielles und zwar eine Sache aus einer Serie, die ich schon lange nicht mehr gemacht habe, nämlich 10 Fakten über Minecraft-Themen und heute ist der Magma-Slime dran. Ich habe eine ganz nette Playlist mit ganz vielen Sachen auf meinem Kanal und die ist auch eigentlich ziemlich beliebt, aber ich habe die nie wirklich vervollständigt und mir ist heute schlagartig eingefallen, ich kann ja mal weitermachen. Ja, ich habe mir für heute den Magma-Slam rausgesucht und da gibt es ein paar Sachen, die man echt vielleicht nicht wirklich über den weiß und ich hoffe, auch wenn ihr erfahren seid, entdeckt ihr jetzt etwas Interessantes Neues noch mit dabei, als mir zum Beispiel auch passiert und ja, viel Spaß dabei. Magma-Slams, ich hole auch gerne mal kurz welche davon in die Map mit rein. Ich würde sagen, hier so. Wir beschwören die Einfachheit halber mal mit einem Befehl und zwar Summon Minecraft Magma Cube. Das ist schon mal die erste Sache, was ich vielleicht mal wissen sollte. Magma Cubes sind, sag ich mal hier, relativ, relativ, relativ und dann kann ich noch eine Size bestimmen, eine Größe. Die Standardgröße ist 4, das ist der Große und no AI ist gleich 1. Zack und dann machen wir, achso genau, Peaceful habe ich noch an, easy, zack und dann beschwören wir den Mal hier rein und dann haben wir einen schwebenden Blob hier. Das Ganze machen wir nochmal mit der nächsten Größe, ich möchte es euch ja richtig vorstellen und dann nochmal mit, äh, wieder der nächsten Größe mit der Size 1. Tadaa! Und jetzt haben wir unsere drei Größen parat und diese bewegen sich auch nicht. Gut, fangen wir an mit den Fakten, es geht immer wieder so von außen nach innen, ne Quatsch, von innen nach außen, egal, von den Eigenschaften, also so grob von den Werten, die sie haben, zu einigen Spezialfeatures, sag ich jetzt mal. Zunächst mal, Magma Slimes haben unterschiedliche Lebensanzahl, oder unterschiedliche Lebensanzahl, je nachdem, welche Größe es gerade ist. Die Großen haben 16 Leben, die Mittleren haben 4 Leben und die Kleinen haben 1 Leben. Ein Leben heißt jeweils um ein halbes Herz, also hat das ein halbes Herz, das hat 2 Herzen und das hat 8 Herzen. Das fette Fisch, eigentlich gut. Außerdem haben sie einen Rüstungswert, der Große hat einen Rüstungswert von 6, also wären 3 Balken sozusagen hier unten wieder. Der Mittlere hat 3 Rüstungen, ne Quatsch, der Große hat 12 Rüstungen, der Mittlere hat 6 Rüstungen und der Kleine hat 3 Rüstungen, so rum. Also 6 Rüstungsbalken, 3 Rüstungsbalken und 1,5 Rüstungsbalken. Außerdem haben sie nach unterschiedlicher Größe auch unterschiedliche Eingriffswerte, das heißt, der Fett hat einen Angriff von 6 Damage, also 3 Herzen. Der hat einen von 4 Damage, der Mittlere, also kommt noch recht nah ran, ist nicht mal die Hälfte, ein bisschen mehr als die Hälfte sogar, auch wenn 2 davon aus dem rauskommen. Das sind 2 Herzen und der Kleine hat einen Angriff von 3, also 1,5 Herzen. Dann als 2. Punkt, die Dropchance. Die Dropchance vom Großen und Kleinen Slime beträgt 25% für Magma Cream. Und das ist das Einzige, was die Dinger droppen können und ja. Also meistens kriegt man es aus den Kleinen raus, weil eben ganz viele rumhüpfen und bloppen und ja. Kann natürlich erhöht werden, indem man ein Looting Enchantment verwendet. So, kommen wir zu den interessanteren Dingen. Also Fakt Nummer 3 ist folgender. Magma Cubes können nicht in Lava verbrennen und bekommen auch generell keinen Schaden davon. Außerdem sieht es so aus, als könnten sie extrem schnell in Lava nach oben schwimmen. Dazu habe ich mir einfach hier so einen Lava Pillar gebaut, nach oben so eine Lavasäule. Also, wenn ich jetzt hier reingehe und mal einen kleinen Magma Cube beschwöre, kann man es am besten sehen. Das ist der übelste Magma Slime Aufzug. Kann ich gerne nochmal machen, jetzt wieder. Die schwimmen richtig schnell hoch. Schneller als jeder Spieler und jedes Mob sind was anderem. Übelst der Lava, der Slime Aufzug. Fand ich recht interessant und das ist eigentlich auch eine 5 Dinge in Minecraft Sache. Tut mir leid, wenn ich in den nächsten Folgen ein paar Sachen hier raus mit reinnehme. Aber es ist ein anderes Format. Gut. Dann die nächste auf der Liste. Fakt Nummer 4. Sie können nicht von Fallschaden gekillt werden. Oder sie kriegen generell keinen Fallschaden. Hat man vielleicht gerade schon gesehen. Wenn ich hier mal einen beschwöre oder so, der fällt runter. Das ist ein kleiner. Und wie wir gelernt haben, haben die Kleinen insgesamt nur ein Leben. Also ein halbes Herz. Und wenn ich die von hier oben runterfallen lasse, müssten die eigentlich sowas für ein Ripp sein. Aber denen macht das gar nichts aus, weil das einfach kleine, hoppelnde... Oh lol, warte mal ganz kurz. Das sind gar nicht die Kleinen, das sind die Mittleren, die ich hier gemacht habe. Ich habe doch Size 1. Warum müssten die... Da kommen wir gerade noch ein bisschen groß vor. Egal. Unabhängig davon, dass es doch nicht die ganz Kleinen sind. Eigentlich, ähm... Oder? Nein. Ja, das ist mein Ding. Unabhängig davon, müssten die trotzdem Fallschaden bekommen. Und das tun sie nicht. Ja gut. Dann, als nächstes. Sie ertrinken nicht in normalem Wasser. Und das würde ich gerne auch mit irgendwie ausfassen. Sekunde, ich bereite was vor. Ja gut, das hatte ich auch zuerst ein bisschen falsch verstanden, als ich es nachgelesen habe. Damit war wahrscheinlich gemeint, dass sie so schwimmen können. Im Käfig ertrinken sie selbstständig schon. Wenn sie ganz unter Wasser sind. Aber Magma Cubes an sich können trotz allem auch schwimmen. Und wenn es so Lavatiere sind, würde man vielleicht meinen, dass ihnen Wasser schadet. So wie Blazes. Weil Blazes, ja, die sterben halt, wenn sie in Wasser kommen. Bei Magma Cubes ist das nicht so. Die fühlen sich da ganz wohl und schwimmen auch durch die Gegend. Naja. Gut, in der Hölle gibt es auch keine. Egal. Okay, weiter geht's. Dann als nächster Punkt auf der Liste. Punkt Nummer 6. Anders als die meisten anderen Mobs haben Magma Cubes kein intelligentes Wegfindungssystem. Ihr kennt das ja, dass Zombies um Mauern herumlaufen oder auch nicht gerade eine Klippe runterfallen. Das ist gut, früher war es anders. Aber in dem aktuellen Minecraft ist es so, dass Zombies um eine Klippe herumlaufen, wenn sie dich holen wollen. Bei Magma Cubes ist es aber so, die sind immer noch ziemlich dumm. Das heißt, die können dieses Path-Finding nicht machen. Wenn ich mal hier so einen kleinen Pfad machen würde, ja, und ich würde mich jetzt hier hinstellen, so in etwa, dann würde ein Zombie zielstrebig jetzt hier hinten rumlaufen, nach vorn und hier. Ein Magma Cube würde das aber nicht machen. Beziehungsweise ein Zombie würde auch hier oben drauf stehen bleiben und würde nicht runterfallen. Wenn ich das Magma Cube mache, der springt sofort einfach runter. Also ich kann ihn nicht mal hier oben halten, um das Path-Finding zu zeigen, aber den Jucken klippen überhaupt gar nicht. Ja, komm hier, hüpfen wir ein bisschen. Ja, noch ein bisschen geradeaus vielleicht. Normales Mob macht das ja gar nicht. Oder vielleicht habe ich jetzt gerade eine gute Zeit. Naja, er ist runtergesprungen. Egal. Also, die checken das nicht. Die springen Klippen runter. Die können dich nicht über oder um Bände herum tracken. Und die würden gegen die Wand laufen und sind eigentlich strunzdumm. Naja, vielleicht wurde es einfach nur nicht beim Update mit eingefügt, dass die ebenfalls dieses intelligente Wegfindungssystem haben. Dann als nächstes auf der Liste Punkt Nummer 7. Ihre Vorwärtsgeschwindigkeit ist so ziemlich doppelt so schnell wie die der meisten anderen Mobs. Wenn ich dazu mal in den Game-Mode 0 gehe und mir einfach mal so einen fetten Slamme hole, damit er am besten zieht, sei es 4. Ihr seht, der kann richtig weit springen übrigens. Jetzt gehe ich mal in den Game-Mode 0. So, hallo. Slamming, kannst du mich sehen? Ja. Huhu. Der müsste eine Geschwindigkeit haben, die so ziemlich doppelt so schnell ist wie die meisten anderen Mobs. Das ist einfach, weil er durch seine Sprungkraft, sag ich jetzt mal, sich so weit nach vorne katapultiert, dass er auf eine Gesamtgeschwindigkeit kommt, die ziemlich schnell ist. Also viel, viel schneller als normale Mobs. Und da achtet man gar nicht drauf. Das hätte ich auch nicht gedacht. Aber das Vieh ist doppelt so schnell wie jedes andere normale Mob. What the guy? Ja gut, lass ich mal so stehen. Ja, jetzt bin ich außerhalb der Reichweite. Vielleicht ein kleiner Bonus-Fakt, den wollte ich nicht mit einführen. Ich glaube, das war so, dass die kreisförmig um sich herum im 16-Block-Radius den Spieler erkennen. Und wenn er weiter als 16 Blöcke weg ist, erkennt er es nicht. Ein Skelett an der Stelle würde mich aber tracken können, weil Skelette und Zombies einen schon weiter sehen. Der Magma Cube hat aber nur eine begrenzte Track-Reichweite von 16 Blöcken. So, und jetzt gehe ich mal wieder in den Game-Mode 1. Der hat mich nämlich ziemlich lieb und will mich... Egal. Okay, weiter geht's. Dann der nächste Punkt auf der Liste. Ein Magma Cube, der größer 4, also der große, kann insgesamt 4 Blöcke nach oben springen. Ich meine, 2 wäre schon signifikant, würde man auch erwarten. Aber dieser Dude springt einfach mal 4 Blöcke nach oben. Können wir theoretisch auch wieder austesten, indem ich mal kurz hier runtergehe. Eine Plattform mal 1, 2, 3, 4. So in etwa. Und dann hier einfach so eine kleine Plattform baue und den irgendwie anlocke. Und der sollte es schaffen, zu mir hier rauf zu springen. Ich hoffe mal, dass es auch wirklich dann tut, aber... Mache ich mal kurz hier. Ich bin mal so frei und mache so eine kleine Plattform hin. So, und dann spawne ich mal hier unten einen 9 mit der Größe 4. Und dann gehe ich mal in den Game Mode 0. Hallo. Siehst du mich? Achtung, kann er hoch springen oder bleibt er halt von unten hängen? Okay, er bleibt von unten hängen. Aber ich glaube, ihr habt eben gerade schon gesehen, an der Höhe, dass er da rankommt. Hoffe ich mal. Ja, also der sollte auf jeden Fall da hoch kommen. Nur, ich hatte halt gerade ein schlechtes Timing, weil der muss halt auch richtig landen. Aber wenn ihr mal genau guckt. Ja, er ist oben drauf. Er ist... Ich habe ihn hochgekriegt. Und er... Alter. Alter. Alter, alter, alter. Der springt mir ein bisschen. Ich habe es Game Mode 1. Ach, kann das auch. Der ist ein bisschen hochgehüpft, weil das hier ebenfalls wieder vier Blöcke sind. Zwei, drei, vier... Okay, fünf. Es sind fünf Blöcke gewesen. Aber ich glaube auch, dass das mit der Größe ein bisschen anders ist. Und zwar, ich beschwöre die immer mit der Size 4. Aber die Size fängt schon bei 0 an, weil Size 0 sind die kleinen. Also müsste ich eigentlich Size 3 machen. Und damit haben wir die ganz großen. Aber... War der nicht größer immer? Ja. Dann wird das der sein mit den vier Blöcken. Also Size 3 muss ich eigentlich streng noch mal eingeben. Okay. Dann die vorletzte Sache auf meiner Liste ist das Magma Cubes. Das wird immer besser mit den Fanken, muss ich sagen. Sie haben die doppelte Eingriffsgeschwindigkeit von anderen Mobs. Das heißt, sie können teilweise zweifach Schaden anrichten pro Sekunde. Also alle halbe Sekunde, die ihre drei Herzen oder sechs Schaden anrichten, wenn wir zum Beispiel mal den Größe 4 Slime nehmen. Dazu gehe ich mal wieder in den Gameboard 0. Ich habe mir kurz einen Resistance Effect gegeben, dass ich keinen Schaden bekomme. Ja gut, das ist irgendwie gerade ziemlich dumm, ne? Warte mal kurz. Ich bin mal so frei und habe mir gerade hier ein paar Äpfel geholt. Mit denen kann ich es besser zeigen jetzt mit Damage. So, dann mal gucken, ob er es schafft, dass er mir irgendwann mal Doppelschaden anrichtet. Oder... Okay, Herzen sind weg. Anderthalb Herzen sind weg. Es kommt auch manchmal drauf an, wie sie landen oder wie genau man sie gerade erwischt. Aber sie können theoretisch innerhalb von einer Sekunde sechs Schaden anrichten, wenn sie einen irgendwie so richtig erwischen. Aber... Habe ich irgendwie nachgelesen, um das scheinbar zu funktionieren, aber ich kann es gerade nicht ganz reproduzieren. Aber es müsste eigentlich hinhauen. Ja. Ja, jetzt zum Beispiel. Gesehen? Bam, bam. Zwei Hits. Wenn ich reinlaufe, dann springt. Ja. Jetzt, 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 jetzt. Ich muss ein bisschen näher ranlaufen, ranlaufen, reinlaufen. Und dann ist das echt gefährlich. Muss ich sagen. Achtung, nochmal. Jetzt. Ja, jetzt hat man es richtig gut gesehen. Doppelte Angriffsgeschwindigkeit. OP. An denen kann es sich super schnell killen. Jetzt landet er. Ja. Ja. OP-Viecher. Und die letzte auf der Liste, der war schon in der letzten Fünf-Dinge-Serie eigentlich mit drin. Kleine Magma-Slimes können einen manchmal gar nicht treffen. Also, die haben keine exakte Trefferrate. Jetzt zum Beispiel gesprungen, keinen Schaden bekommen, gesprungen, keinen Schaden bekommen, gesprungen, keinen Schaden bekommen. Gesprungen, keinen Schaden bekommen. Jetzt kriege ich damit schon ein bisschen. Die treffen nicht zuverlässig. Die hauen manchmal daneben. Die kleinen, aber feinen Magma-Slimes haben keine große Treffergenauigkeit. Ich glaube, es hat aber ein bisschen was an der Größe mit denen zu tun. Aber man kann theoretisch drin stehen und sie treffen manchmal nicht. So wie jetzt. Kein Damage, kein Damage, kein Damage, kein Damage. Jetzt habe ich mal Damage gekriegt. Naja. Okay, damit habe ich, denke ich mal, heute die Magma-Cubes ziemlich abgeerntet mit ihren Eigenschaften, alles Mögliche. Ich denke mal nicht, dass ihr alles davon bustet. Ich hoffe mal, ihr konntet es aus dem Video mitnehmen. Bei Sachen, an die ihr vorher noch nicht gedacht hattet. Und ja, wenn es euch gefallen hat, dann freut mich das. Wir sehen uns im nächsten Video. Schaut ansonsten mal in die Playlist rein. Da habe ich auch noch ein paar andere Mobs und ein paar andere Sachen aufs Korn genommen. Werde ich euch mal hier oben noch verlinken, wenn ich dran denke wieder. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, lass krachen. Und tschüss.